Niklas wütet weiterhin mit voller Kraft. Am schlimmsten trifft es momentan München. Hier wurden bereits mehrfach Orkanböen der Stärke 12 gemessen. Die höchste Böe verzeichnete dabei 137 kmh. In Gebieten an der Grenze zu Holland gilt bereits die höchste Warnstufe Violett, da hier mit extremen Unwettern zu rechnen ist. Nachdem es nachts teilweise bis in tiefere Lagen schneit, können die Straßen morgen früh glatt sein. Tagsüber wird es wechselhaft und es ist mit kräftigen Schnee, Regen oder Graupelschauern zu rechnen. Besonders im Norden gilt auch morgen weiterhin Warnstufe Rot. Im restlichen Deutschland lässt der Sturm jedoch langsam nach und zieht Richtung Südosteuropa weiter. Es kann vereinzelt sogar zu freundlichen Abschnitten kommen. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 5 und 8 Grad, bei längeren freundlichen Phasen sind bis zu 10 Grad möglich. Am Donnerstag ist es nasskalt, teils schneit es bis ins Flachland herab.